So liebe Zuschauer, ich grüße Sie zum JFD Live Trading TV jetzt und hier beim Blick auf den DAX, wobei ich hier vorab aufgrund aktueller News hier direkt mal zum britischen Fund schwenken muss, meine lieben Zuschauer. Der Chef der Bank of England äußerte es nämlich vor wenigen Sekunden bzw. Minuten und Sie sehen hier die Bewegung des britischen Funds gegenüber dem US-Dollar, hier jetzt aktuell am Vortageshoch angekommen, deutlich overrange. Aber was ist Hintergrund der Tatsache? Der Notenbank-Chef der Bank of England hat sich hier mit der Aussage, der Zeitpunkt für eine Zinserhöhung rückt, näher geäußert und was das britische Fund daraufhin tat, Schrägstrich tut, sehen Sie hier. Wir sind deutlich ausgebrochen und im Prinzip hatten wir uns ja vorhin schon vor den News mehr oder weniger hier mit einem Ausbruch positionieren wollen bzw. hier eben erwogen, dass der Markt, wenn es hier ein neues Tageshoch gibt, nach oben rausziehen kann. Auch im Sinne der Fuzi-Vektor-Logik und dazu gab es auch vorhin nochmal just ein Trading-Shoutout auf der JFD-Research-Seite, was ich Ihnen direkt nochmal zeigen möchte. Und genau dies vollendet sich jetzt eben hier grandios. Gut, dass der Notenbank-Chef hiermit, sage ich mal, einher spielt bzw. hier das Ganze sozusagen noch pusht. Damit kann natürlich keiner rechnen, aber der sich andeutende Breakout auf der Oberseite, gestützt durch gewisse statistische Pattern, hat sich hier jetzt tatsächlich umgesetzt. Natürlich war das hier sicherlich ein gewisser Art von Zufall, wenn man das unterstellen will, aber statistisch gab es eben hier die Ausbruchschance im Sinne eines neuen Hochs. Und dass dieses natürlich jetzt so exorbitant ausfällt, ja, das liegt an den News von eben hier der Notenbank Englands. Und jetzt darf man mal gespannt sein, was dem folgt. Das britische Fund hat ja im letzten Jahr auch hier schon viele Vorschusslorbeeren vollzogen gehabt im Jahr 2014, vor dem Hintergrund eben, dass es hier auch Zinserhöhungen geben könnte. Das wurde mehr und mehr dann wieder relativiert und das britische Fund bewegte sich entsprechend abwärts. Jetzt aber hier eben die Reaktion auf die aktuellen Gegebnisse. Tatsache ist, das britische Fund ist overrange, 150 Pips aktuell gelaufen. Die Frage wird eben sein, im Schnitt sind wir 105 unterwegs, inwiefern diese News jetzt verdaut werden, ob hier die Euphorie weiter anhält. Ich denke, für heute ist es erstmal gelaufen, das Ganze. Sicherlich kann dies aber der Impuls für eine weitere Rallye-Bewegung sein, die mit Blick auf die kommenden Tage, Schrägstrich Wochen, vielleicht sogar hier noch auch deutlich mehr Dynamik noch entfaltet. Das wird man mal hier gespannt beobachten können. Also ich denke, da ist sicherlich aufgrund dieser Aussage noch einiges mehr möglich. Ob das heute in overrange stehen wird, was dann bedeuten würde, dass wir hier deutlich nach oben rausziehen, das bleibt mal abzuwarten. Aber rein technisch, wie gesagt, haben wir hier jetzt erstmal die Range überschritten und auch das Vortageshoch sozusagen. Gut, dann war es mehr oder weniger fast schon Glück, dass wir vorhin einen kleinen Web-Bug hatten. So konnte ich das nämlich hier gleich noch mit aufnehmen. Vor Monatshoch beim britischen Fund nur noch ganz kurz, 1,5930. Das ist ein Stück weit weg, aber im Sinne einer aufkommenden Euphorie sicherlich auch durchaus möglich. Schauen wir aber jetzt auf den DAX, was geht hier? Der ist heute ein Stück weit zäh unterwegs, darum haben wir uns jetzt auch nicht gleich in der Früh dem DAX zugewandt. Hier wesentlich mehr Action beim britischen Fund und warum sollen wir da auch nicht drauf schauen? Letztlich haben wir hier jetzt immer noch den Ausbruch laufen über diesen großen Abwärtstrend und so recht fehlt hier aktuell der Schwung. Wenn ich mir den DAX aber anschaue, dann haben wir hier die Zone eben 11.350, 11.400 Punkte. Sie kennen die Levels aktuell unter uns sozusagen. Der DAX hier dann entsprechend gute Chancen, eine Stabilisierung zu erfahren. Zumindest sollte er das tun, wenn wir hier direkte Anschlusskäufe sehen wollen. Wir werden jetzt erstmal auf der Südseite einige Support-Levels wieder aktualisieren, die just eben als Widerstand oder zu früheren Zeiten als Widerstand aktiv waren, jetzt eben hier Unterstützungslevel sind. Und das markanteste Kreuz-Unterstützungslevel, was ich Ihnen jetzt hier zeigen will, ist eben das Niveau hier. Knapp 11.400 Punkte. Da sind wir nun mal kurz davor. Da wird es spannend sein, wie das weitere Verhalten vom DAX aussieht. Also grundsätzlich kann man hier einen Eintauch vollziehen. Hier haben wir allerdings den kurzfristigen Aufwärtstrend auf Stundenbasis. Der ist jetzt nicht so schwergewichtig, aber kurzfristiges Eintauch scheint hier durchaus möglich. Natürlich, DAX sollte sich aber tunlichst eben hier irgendwo fangen und nicht unter 11.300 Punkte abfallen. Eine Zinsanhebung ist natürlich Gift für den Markt, in Anführungszeichen. Liquiditätsentzug, wenn das sich so ein Stück weiter wieder manifestiert, weg von der Griechenland-Krise hin zur US-amerikanischen Leitzinserhöhung und zur Leitzinserhöhung aus England, dann könnte sich natürlich hier unterhalb von 11.300 Punkten der Chart sicherlich wieder negativer präsentieren. Das war eben ja gestern auch schon die Gretchenfrage mit den jüngsten Gewinnen. Wie geht es hier weiter beim DAX? Dann gehen wir mal kurz auf den Tagesschart. Da haben wir im Prinzip hier die graue Tendenz. Und es war im Prinzip die Annahme oberhalb von 11.400 Punkten sind die Bullen hier on Vogue. Das ist im Prinzip auch Tatsache. Aber ja, so Gott will in Anführungszeichen, wenn der Markt jetzt hier nicht diesen Ausbruch von gestern bestätigt und hier unter 11.300 zurücksacken sollte, dann würde ich mal hier ganz schlang das blau gestrichelte Szenario hervorheben und insofern diesen Ausbruch hier als möglichen Fake darstellen. Das, was dann wiederum sicherlich rasch weiterfallende Kurse nach sich ziehen könnte. Ich war wie gesagt eh nicht der Superbolle, auch allein vor der Saisonalität nicht. Bleibe im Prinzip auch dabei, dass die Märkte weiter zurücksetzen müssten, um hier auch dann mittellangfristig wieder genug Potenzial auf der Oberseite zu generieren. Ansonsten mündet das hier doch alles in eine relative Übertreibung. Aber warten wir ab, was passiert. Wenn der DAX sich eben hier bei 11.400 Frühstanz-11.350 irgendwo in dieser Zone fängt, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass es dann auch wieder anziehende Notierungen gibt. Nur wäre das, wie gesagt, aktuell nicht unbedingt mein präferiertes Szenario. Aber ganz sicher mit weiterfallenden Preisen bin ich mir hier auch nicht. Der DAX eben hier so zwischen zwei Stühlen aktuell. Wird wichtig sein, ob wir uns über 11.400 weiter absetzen können. Falls nicht, haben die Bären den Vorteil. Falls doch, dann denke ich, lockt relativ schnell die 11.700-Punkte-Marke. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für die kurze DAX-Beschauung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann schalten Sie einfach wieder ein. Wir werden uns dann heute Nachmittag sicherlich nochmal unnär begeben. Ansonsten natürlich jeden Tag auch wieder das Devisenradar und dergleichen. Ich wünsche Ihnen in dem Zusammenhang viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.